Willst du da mal hochstoßen? Das ist denn in der Kiste-Kollektor nicht kaputt, oder? Nein, in der Kiste ist nicht weg und weg. Aber der andere halbe ist nicht hochgeführt. Wie ist das noch so gefüllt? Das ist ein Magnetometer. Do you know what it is? Be careful. Hast du auf wem den Ästen? Na ja, das grenzt ja ein bisschen. So, fest. Gehst du auf den Haken, sollen es dann mal hoch? Nö. Den krieg ich nicht mehr lose. So kann ich mir den Stücken bieten. Du musst doch dran denken, der hat keinen Abgewehr. Also die Sonne, die hat 10 Meter, 10 Meter unter den Fallschirm. Ja, aber der Fallschirm ist doch gleich daneben. Ja, weil das nur 10 Meter unter den Fallschirm ist. Du musst doch auf den Fallschirm sein. Verstehst du? Ja, ja, ja. Du brauchst es nicht mehr zu wollen, oder? Hast du das? Hm. 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 Ja. 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 Ich hab ja fast den Haken nehmen, jetzt. Also du hast... Ja, ich hab mehr Gefühl. Ich komm ja da immer rein. Ja. Und du hast nur die Krecke zwischen Fallschirm und Sonde. Ja. Ich komm nicht viel rein. Ja, genau. Guck mal, so kriegst du die Krecke drin. Ja, das ist gut. Denn jetzt hängst du ja frei und... Ja, und die ist gebremst durch den Fallschirm. Genau. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Warte, warte, warte. Dann sitzt die Ball unter hier. Nein, das heißt, was hier da ist. Es ist ein spezieller Element. So, jetzt wird's... Jetzt hat auch, es fällt gleich nach oben. Jetzt habe ich Druck. Das fällt nicht. Es fällt nicht. Warte, 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 warte. Moment, Moment, Moment! Nein, 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 nein! Lass es, Lass es, Tomáš! Lass es! Hier ist es speziell. Es ist speziell. Ein bisschen sensor. Moment, Moment, Moment! Okay? Okay, okay, gut!